Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge vom Coffee-Oder-Simulator. Weiter geht's. So, was müssen wir machen? Also Schokolade verkaufen, das ist unsere Hauptaufgabe heute. Heute ist Hauptaufgabe, Kaffee zu verkaufen. Und zwar so viel wie möglich. Achso, ich sollte mal nach Lebensmitteln gucken. Gut, dass wir reingeguckt haben. Da fehlen nämlich ein paar Sachen. So, fangen wir mit dem Fisch an. Bing! Dup, 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 dup. Ähm, ja. Warum haben wir denn hier fünfmal Müll? Müssen wir gleich mal gucken, was da los ist. Dann müssen wir gleich mal gucken, was da los ist. Okay. Räumen wir das alles einmal ein? Und dann schauen wir mal weiter. Wie, wo, was, warum, weshalb, wieso. Okay. Okay. So, das ist alles drin. Machen wir die Tür zu. Ähm, wie sieht's eigentlich aus? Wir haben, äh, es fehlen immer noch vier Dosen. Ähm, ich glaub, hier werden wir wohl keine mehr finden. Nehme ich jetzt einfach mal an. Und, ähm, ähm, was soll denn das darstellen? Okay. Keine Ahnung. Ähm, also respawn tun die Dosen auf jeden Fall nicht. Deswegen nehme ich einfach mal an, dass wir die in einem der späteren Missionen bekommen werden. Hier ist der Elch. Dup, dup, dup. Was ist denn das da oben eigentlich? Das sieht aus wie ein schönes Kaffee. Okay. Und was ist das hier? Hm. Ich suche halt immer noch den Yeti. Wir sollten nämlich einen Yeti fotografieren. Aber der ist bis jetzt auch noch nicht aufgekreuzt. Hm. Nö, hab ich immer noch nicht. Ich hab kein Code. Ich habe keinen Code. Vielleicht ist der Yeti da drin. Und lebt da drin. Man weiß es nicht. So, und wir gehen mal ein bisschen arbeiten. Ähm. Ähm. Warum sieht das hier so schlimm aus? Warum ist hier alles kaputt? So, was ist hier noch? Alter, was ist denn hier los? Ähm. So, räumen wir mal ein bisschen mit auf hier. Irgendwas. Ich glaube, der kommt nicht mehr hinterher, der junge Mann. Also. Hallo. Hallo. Jetzt. Jetzt will er. Okay. Dann das. Er wartet auf seine Bestellung. Aber das ist doch eine schöne Aussicht. Ist ja wirklich schön hier. Hm. Da liegt auf jeden Fall sehr viel Müll, muss ich mal sagen. Aber können wir uns da eine Scheune da abbauen? Oder was ist das? Können wir übrigens... Nee. Das ist immer noch nicht auf, ne? Also. Und E-Mail sagt ja jetzt auch nur noch eine. Hä? Ja, Leute. Kauft mal Schokolade. Da. Geht mal hier hin und kauft. Ich möchte wissen, was danach kommt. Ähm. Wir füllen mal ganz kurz Schoki auf. Okay. Wo ist denn hier das ganze Müll? Liegt hier was? Nein. Liegt da was? Nein. Er tanzt da hinten. Oh, jetzt haben wir sogar schon zwei. Oh. 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 Das müssen wir mal ganz schnell wegmachen hier. Ähm. Sonst haben wir ein ganz anderes Problem. Sonst irgendwas. Alles gut. Alles gut hier. Ähm. So. Haben wir Lebensmittel. Da brauchen wir einmal. Da brauchen wir einmal. Wir versuchen hier alles irgendwie... ...zu managen. Da kommt wieder der Fußballprofi. Der ist auch ziemlich häufig hierzu als Gast. So. Okay. Das ist auch fertig. Dann. Machen wir das weg. Machen wir das weg. Heben wir hier ein bisschen Geld auf. Lass dir den Burger schmecken. Was war das? Oh. Also ich wäre Sturm. Und da draußen stand doch schon wieder... ...jemand. So. Die Schönste sind alle in Ordnung. Hier waren gar keine drin. Hier liegt halt überall Geld, ne? Hier liegt halt überall Geld. Und hier ist eine. Ich höre so viel Klimpern, aber... ...hier sind halt nur... ...zwei Scheiben kaputt. Hier ist auch alles in Ordnung. ...hier sind alle... ...klimper... ...klimper... ...klimper. Oh, da ist einer. Da ist, glaube ich, noch einer. Ne. Sechs... ...sechs Fenster sollen kaputt sein? Bist du kaputt? Ne, da ist einer dran. Hier ist keiner. So, wir laufen mal ganz kurz runter. Äh, die sind alle ganz... ...ganz, ganz, ganz, ganz... ...ganz... ...ganz, ganz... ...hä? Wo sollen die denn bitte sein? Miau. Hä? Hier sollen sechs Sachen kaputt sein. Man weiß noch nicht wo. Erstmal aufräumen hier. Erstmal aufräumen. Hier sieht das aus, wie auf dem Schlachtfeld. So, da. Und was machst du? Pause oder was? Faule Sau. So, der Müll kommt weg. Der Müll kommt weg. Ist hier Lebensmittel. So. Holen wir uns auch noch ganz kurz neue. Wir haben neun Sachen, die hier rumliegen als Müll. Und sechs Sachen, die kaputt sind. So, da ist nochmal... Achso. Ähm. So, erstmal hier mit der ganze Trinkgeld aufsammeln. Nehmen wir direkt den Müll hier mit. Ähm. Ich glaube, die... Oh. Oh. Käsekuchen. Öffnen. Nehmen Ablage. Füllablage. Käsekuchen. Fülle. Backen. Sorry. Dann haben wir das auch schon erledigt. Da ist noch eine Fensterscheibe hier hinüber. Sonst sieht es gut aus hier. Hä? Gibt es Scheiben, die ich nur nicht kenne? Gibt es hier Scheiben, die ich nicht kenne? Da liegt ja nochmal Müll. Hi. Haben Sie noch irgendwas kaputtnös gesehen? Also ich nicht. Hä? Okay, ich glaube draußen die Wände sind kaputt. Das könnte noch sein. Das könnte noch sein. Ähm. Öffnen. Nehmen Ablage. Geht zum Regal. Ähm. Dann sechs Croissants. Kriegen wir auch noch hin. Nehmen Ablage. Fülle, Ablage, Croissants. Rein und backen. Kann es sein, dass hier draußen die Wände kaputt sind? Oh ja. Äh, oh ja. Hä? Was denn jetzt? Oh, hi. So. Und noch zwei. Einer. Hä? Habe ich jetzt einen übersehen? Oder habe ich irgendwo ein Fenster noch nicht ganz repariert? Wait a minute. Ich gehe nochmal ganz kurz rum. Da ist die Mieze. Okay, hier haben wir aber alles. Hä? Wo ist denn das? Wo fehlt denn hier eins? Okay, warte mal. Wait a minute. Ähm. Geld. Geld nehmen wir mit. Aber. Ich hätte gerne das Fenster eher repariert. Hä? Da müssen wir auch mal ganz kurz nachbuddern. Da müssen wir auch mal ganz kurz nachbuddern. Sehr gut. Ähm. Ähm. Die Croissants müssten fertig sein. So. Dann haben wir das nämlich auch schon. Hier ist halt gar nichts los. Ähm. Okay. Wir müssen eine Rechnung bezahlen. Alles klar. Alles gut. Alles easy. Alles klar. Ähm. Zweimal Nudeln. Zweimal Nudeln müssen wir auch nachliefern. Das artet ja hier langsam zum Arbeiten aus. Ähm. Wir brauchen nur noch neunmal Sachen verkaufen. Das ist doch schon mal sehr gut. Ähm. Auch das wird dann weniger. Wie sieht es denn hier draußen aus? Äh. Moment. Mal mal reingucken. Äh. Oh. Dr. Pepper und Sprite. Dr. Pepper und Sprite. Auch das machen wir kurz. So. Okay. Die ist noch vollkommen in Ordnung. Jetzt suchen wir nochmal das eine. Eine. Dinge. Ich nehme an, das muss ein Fenster sein. Bin ich dreimal jetzt dran vorbeigelaufen? Hä? Ah. Da. Nee. Auch nicht. Okay. Dann weiß ich tatsächlich nicht, wo es sein soll. Aber hier liegt... Hier liegt aber auch irgendwo Müll rum. Was ich nicht sehe. Also von daher... Also von daher... Ähm... 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 Ist das fein. So, meine... Melder sind in Ordnung. Der Feuerwehrhauptmeister kommt... Und sagt uns... Alles ist gut. Alles ist gut. Grüß da. Alles ist gut. Perfekt. Kannst abziehen. Vielen Dank. Für den netten Besuch. Mich triggert gerade diese eine Sache, die nicht repariert wird. Dass der Müll da inzwischen überall rumliegt, ey, das ist mir egal. Ähm... Damit habe ich mich jetzt gerade schon abgefunden, weil ich nicht weiß, wo es liegen soll. Vielleicht auf dem Klo irgendwas? Klo sieht gut aus. Da sieht auch alles gut aus. Hm. Da sieht auch alles gut aus. Okay, dann weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, wo ich... Wo ich hin soll. Dann, 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 dann. Dann weiß ich wirklich nicht mehr, wo ich hin soll. Da ist noch einer. Da liegt Geld. Da liegt Geld. Hier liegt Geld. Und dort liegt Geld. Ich schaue die ganze Zeit mir die Fenster an, ne? Also, ähm... Es ist halt... Ach, ich weiß, wo es ist. Oh mein, bin ich doof. Okay. Ähm... Ich bin doof. Ich weiß, wo es ist. Und ich glaube, ich weiß auch, wo der Müll liegt. Nö, doch nicht. Ach, doch. Okay. Also, repariert ist jetzt alles. Repariert ist jetzt alles. Aber den Müll habe ich trotzdem nicht gefunden. Bing. Hallo. Bing. Hi. Ich bin wieder eine Katze darunter. Oh. Oh. So, ja, ja. Jetzt können wir eigentlich... Ähm... Abbaten und Tee trinken, würde ich behaupten. Wir haben jetzt nicht so viel zu tun. Ähm... 788 passt. Mehr als dicke. Hier haben wir... Nichts, was ich machen könnte. Hier liegt ein bisschen Geld. Was ich aufheben kann. Ähm... So... Okay. Hm. Wir haben noch 6... 6 Wasser... Chips und Schoki. Die wir immer noch machen müssten. Kauf mal Schoki. Äh, 5. Okay, du hast Schoki gekauft. Guter Mann. Sehr guter Mann. Langsam würdet. Langsam würdet. Ja, ja. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Es ist aber auch immer derselbe Flüschrank, der kaputt geht, ne? Ein schöner Side-by-Side hier. Ein schöner Side-by-Side. So. Einmal ganz kurz wieder Nachschub ordern. Ähm... Wir dürften gleich, glaube ich, wieder skillen können, oder? Ich glaube, gleich ist es wieder soweit, dass wir irgendwas skillen können. Wir gucken gleich mal rein. Ähm... Wir gucken gleich mal rein. So. Okay, gucken wir mal. Fertigkeiten. Ähm... Oh, ist das teuer. Erhöht die Kosten für die von Ihnen ausgeführten Bestellungen bei der Post. Warum erhöht die Kosten? Aha. Okay. Warum guckt ihr alle in diese Richtung? Gibt es da irgendwas? Gibt es da irgendwas? Das ist doch nichts. Warum guckt ihr alle in die Richtung? Ist hier jemand drin? Hallo? Nö. Also hier ist keiner drin. Also warum guckt ihr in diese Richtung? Okay, ich darf da leider nicht hin. Aber ist da irgendwas? Nö. Komige Katzen. Komige Katzen. Oh, hi. Ein Kunde ist gegangen, weil sie nicht genug zutra... Ach, warte mal. Kaffee. 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 Ich hab den... Kaffee vergessen. Zucker. Kaffee. Kaffee Bohnen. Kaffee Bohnen. Kaffee Tassen. So. Okay. So, noch zwei Sachen müssen verkauft werden. Ähm, das müssen wir doch hinbekommen, oder? Und vor allem bin ich mal gespannt, was es dann gibt. So, nimm mal das ganze Geld hier weg, bitte. Das ganze Geld, bitte. So, was ist hier oben? Hier liegt nix, hier liegt nix. Hier liegt noch Müll, das nehmen wir auch direkt mit. Hi. Werte Frau. Auf diesen großen Tischen hab ich bis dato noch nicht einmal Müll gesehen. Fällt mir grad mal so auf. So ein von beiden. Meine Hilfskraft ist so schnell und räumt das immer weg. Oder... Auf den kann ich spawnen. Hm. Zwei Sachen noch. So, einmal den Müll weg. 42 Prozent, das reicht noch. Das reicht noch. Ähm, Lebensmittel. So. Einmal Lebensmittel. Aber... Wie? Ich verstehe immer noch diesen Text nicht von dem Skill jetzt gerade. Es erhöht meinen Preis beim Bestellen. Warum sollte ich denn dann skillen? Dann bezahle ich ja mehr. Hä? Aufgabe erledigt. Sehr gut. Verkaufen Sie kohlensäuriges Wasser aus einem Automaten. 19 Stück. Bitte was? Bitte was? Ähm, bitte was? Moment. Was soll ich machen? Oh. Okay. Ähm. Gut. So, wir kehren hier ganz kurz. Ähm. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Gut.